hallo zum dritten teil unserer powerpoint reihe dieses mal soll es darum gehen grafiken einzubinden also existierende bitmap png oder jpeg wesentlichen reden wir über png grafiken in unsere powerpoint präsentation einzubinden so dass wir die eben auch in den videos nutzen können wir beginnen wieder mit einer leeren präsentation und jetzt versuchen einfach mal ein paar grafiken einzubinden wenn man neu ist wird man wahrscheinlich erstmal versuchen über einfügen bilder das ganze zu machen das funktioniert hier ist der smiley den haben jetzt hier also eingefügt gut diese designideen warum nicht ist jetzt ein weg ist nicht mein lieblingsweg was vielleicht effizienter ist ist wenn ich auf den file explorer g wird erst meistens ohnehin schon genau dort offen wo ich gerade die bilder irgendwie erzeugt oder geladen habe mit steuerung c oder rechte maustaste kopieren kann nicht inzwischen speicher laden und dann hier mit einfügen ohne mit steuerung v ist das bild dann hier auch ein powerpoint drin und die von mir im regelfall favorisierte version ist ich bin auf dem bild geht drauf halte die linke maustaste ziehe so dass ich sie hier habe und mit alt tab gehe ich wieder zurück auf meine präsentation und lasse los das ist eigentlich so mein mein lieblingsweg aber wie gesagt das muss jeder für sich selber wissen so jetzt haben wir dieses bild reingehängt und es funktioniert eigentlich bei fast allen grafiken aber im regelfall nutzen wir hauptsächlich png oder jpeg png hat eigentlich einen vorteil gegenüber jpeg und den möchte ich jetzt hier mal kurz zeigen und zwar momentan habe ich bei diesem png noch was gemacht das eher untypisch ist schauen wir uns das mal hier an jetzt habe ich das vor dieses rechte gelegt ist blaue und wir sehen hier ist schon so ein hässlicher gelber rand den will ich gar nicht haben ich möchte dass dieser rand weg ist verschwindet und das schöne ist bei png bildern das kann man das machen bei jpegs geht es nicht das ganze nennt sich transparenz oder alpha kanal und jpeg unterstützt einfach kein alpha kanal und das heißt in aller regel versuchen wir unsere bilder eben als pngs eben hier einzubinden so was mache ich jetzt ich brauche jetzt hierfür eine grafik manipulations software in meinem fall nämlich dafür gimp gimp steht für new image manipulation program das ist ein open source projekt aus der linux ecke das dann irgendwann mal auf windows importiert wurde ist wie gesagt grafikverarbeitungsprogramm manche sagen photoshop für arme weil es kostet nichts aber ganz ehrlich bis jetzt alles was ich mit oder an grafik manipulations problem hatte konnte ich bis jetzt immer mit mit gimp lösen aber die besonders guten die nehmen dann natürlich dann die profi software egal wir nehmen jetzt gimp ich habe hier schon was vorbereitet und zwar unseren smiley der smiley ist jetzt hier einfach als png bild hinterlegt und ich habe jetzt bei dem diesen png bild etwas gemacht was normalerweise bei png in der form nicht ist aber ich wollte euch zeigen wie ihr das im zweitelfall tatsächlich realisieren könnt wir wollen nämlich hier diesen weißen rand loswerden und dazu müssen wir gimp jetzt erstmal sagen dass diese png datei alpha kanal unterstützen soll diesen diesen transparenz kanal und dazu gehen wir auf ebene und hier auf transparenz alpha kanal hinzufügen bei den meisten games ist der in pngs ist das schon aktiv bei jpeg nie weil jpeg kein alpha kanal unterstützt wenn wir das bei jpeg machen würden dann würde es zwar in geben gehen wir könnten diese grafik aber nicht mehr als jpeg dann exportieren muss aber kein problem weil dann exportieren was als gimp und guter als png und gut ist so wir gehen mal drauf und was jetzt machen können ist wir können jetzt hier mit dem sogenannten zauberstab hier das ist dieses ding mit dem stern dran wenn es nicht lese sehen könnt geht bei euch mal mit der maus drüber und dann wenn er stehen bleibt steht dann zauberstab hier aus dem mouse over effekt so was ich jetzt damit mache ist der geht jetzt hier auf den ich geht es auf eine weiße farbe klickt drauf und es markiert da alles zusammenhängende was eben diese weiße farbe beinhaltet ja das heißt dieser komplette rand es würde auch mit dem daneben gehen das ist die farbauswahl das funktion funktioniert genauso wie der zauberstab mit dem unterschied dass nicht nur zusammenhängende weiße bereiche ausgewählt werden sondern alles was auf diesem bild diese und diesen weiß ton hat also wenn das ding jetzt eine weiße nase hätte würde die bei der farbauswahl mit ausgewählt werden bei dem zauberstab eben nicht so das wäre jetzt soweit eigentlich schon ganz okay jetzt drücke ich auf entfernen und dann ist das weiße weg wenn man mal ganz genau hinguckt sieht man hier noch so einen kleinen weißen rand ist ein bisschen hässlich ich mache mal steuerung z das ganze noch mal rückgängig steuerung a wieder alles markieren für powerpoint für ein video wäre es wahrscheinlich jetzt ausreichend aber ich wollte noch mal nur zeigen wie man das eben ein bisschen optimieren kann und hier gibt es so ein schwellwert regler und der schwellwert bestimmt wie ähnlich sich von der farbe die pixel sein müssen die eben gemeinschaftlich ausgewählt werden nachdem hier alles gleich weiß ist ist es kein großes problem aber beim rand haben wir genau diese sache ich so mal ganz nah hier hin und da sieht man schon dass hier ist weiß das ist gelb und das ist so eine mischfarbe und die dinger wollen wir auch noch mitkriegen und jetzt kann man den schwellwert hochdrehen was weiß ich ungefähr hier so drauf und dann können wir uns genauer anschauen dann sehen wir hier diese halten werden noch mitgenommen beziehungsweise gehen wir hier noch mal drauf ja so ungefähr in dem bereich das dürfte jetzt ausreichend sein und wenn wir das jetzt entfernen steuerung a noch mal alles markieren ja das sieht dann schon sehr viel besser aus man kann das dann noch weich zeichnen und so weiter aber das interessiert uns jetzt nicht man sollte aber ich mache noch mal steuerung z für rückgängig man sollte jetzt den schwellwert nicht zu hoch drehen weil sonst diffundiert da so ein bisschen in das gelbe hinein so entfernen das sieht man es noch nicht hier mal noch nicht hoppla muss mal größer jetzt jetzt ist alles weg also das war jetzt einfach zu viel das heißt da muss man schon ein bisschen gerade wenn sie jetzt keine so klaren grafiken sind wieder smiley sondern so ein bisschen mit verwischt so farb verläufen da muss man da ein bisschen rumspielen aber wie gesagt für uns soll das jetzt erstmal ausreichend sein so jetzt kann ich das dann wieder speichern allerdings wenn ich jetzt hier auf speichern gebe würde gibt es als projekt datei speichern da können wir vielleicht später noch mal ein bisschen drüber reden aber wir wollen jetzt hier exportieren exportieren als und ich darf das ding jetzt einfach smiley transparent und gibt ja noch ein paar infos aber das passt jetzt schon so hier ist jetzt unser transparenter smiley ziehen wir den jetzt mal hier rüber und jetzt sehen wir hier diese transparente smiley hat jetzt kein rand mehr und das sieht doch schon sehr viel besser aus und genauso rate ich euch entsprechend mit diesen grafiken umzugehen wenn ihr sie nicht sowieso irgendwo her holt wo ihr natürlich lizenzfreie grafiken bekommt ist es meistens so dass eben der rand schon freigeschnitten ist gut so viel jetzt erstmal zu den ersten punkten von grafiken es ist jetzt so dass ihr wenn ihr ohnehin schon gimp nutzt dann könnt ihr auch eventuelle farbanpassungen hier mit gimp auch noch machen ich mache mit immer steuerung a mit alles markieren farb und dann kann man hier beispielsweise den farbton auch noch mal ändern hier wenn ihm schlecht wird oder wenn er sauer ist das kann man dann hier mit mit gimp alles entsprechend einstellen wie man will das soll jetzt kein gimp kurs werden aber wenn ihr irgendwelche farb themen habt oder irgendwas unscharf zeichnen wollt dann solltet ihr einfach mal ein paar gimp tutorials anschauen damit geht wie gesagt fast alles so dann gehen wir noch mal zurück zu unserem kerl für ganz einfache sachen bietet mir powerpoint auch schon einiges an und zwar gibt es hier auch die möglichkeit etwas frei zu stellen ich zeige es mal kurz so machen wir wieder unseren rand smiley freistellen aber naja ihr seht nicht so ganz das wahre her also ich mache es mit mit gimp was er dann noch erlaubt das ist vielleicht ein bisschen sinnvoller man kann hier noch ein paar so farbkorrekturen so ein kram noch mal machen für schnell mal eben ist es okay aber wenn es vernünftig machen wollten vor allem diese dateien dann auch behalten wollt dann rate ich euch das wirklich mit mit gimp oder oder photoshop zu machen das ist dann sehr viel sinnvoller okay das wäre jetzt mal das einbinden einer grafik jetzt gibt es noch ein paar sachen die aus meiner sicht sinnvoll und spannend sind und zwar ich mache jetzt hier mal in mein kästchen ein text rein machen wir die schriftart ein bisschen größer und was jetzt machen könnt ist ihr könnt jetzt mit steuerung c steuerung v dieses ding hier markieren und kopieren und neu einfügen das heißt die beiden sind jetzt absolut identisch und wenn wir jetzt später mal mit animationen arbeiten werden und irgendwelche größen verändern wollen und so weiter dann gibt es vielleicht ein kleines problem mit der schrift und zwar ich mache jetzt hier mal die änderung des textes und oder dieses kästchen und ihr seht die textgröße bleibt natürlich gleich ja das ist natürlich jetzt nicht zu vermeiden weil ich habe eine textgröße eingestellt und die hält powerpoint jetzt eben konstant wenn das nicht gewünscht ist dann machen wir jetzt folgendes wir machen mit steuerung c kopieren das ding und einfügen gehen jetzt hier bei start einfügen und hier als grafik das heißt powerpoint konvertiert das jetzt als grafik ich kann es diesen text nicht mehr ändern das ist jetzt tatsächlich eine grafik und wenn ich das ding jetzt kleiner mache dann geht die schriftart eben entsprechend auch mit also gerade wenn es irgendwelche animationen gibt die hier irgendwelche skalierungen haben etc dann solltet ihr darüber nachdenken das in grafiken zu konvertieren prüft aber doppelt ob der text passt weil wenn ihr die grafik einmal erstellt habt und dann in eine relativ komplizierte animation eingebunden habt und ihr stellt fest hoppla ich brauche doch einen anderen text dann ist die ganze arbeit beim teufel also da bitte vorsichtig sein aber grundsätzlich mal ist es eine ganz gute sache ihr könnt jetzt auch diese textelemente oder die sämtliche elemente dmd in powerpoint habt auch in gimp importieren und zwar nehme ich jetzt hier nochmal dieses element also mit dieser schrift drin steuerung c und jetzt gehe ich in gimp rein und sagt hier bearbeiten einfügen als neues bild da ist es jetzt ja und jetzt kann ich hier entsprechend hier auch um zeichnen was auch immer machen oder ich kann beispielsweise gehen wir noch mal auf unseren zauberstab hier oder machen wir das mal mit der farbauswahl dann sehen wir gleich dass hier alles was weiß ist ausgewählt wird mal entfernen und jetzt sehen wir alpha kanal war von vornherein eingestellt ja jetzt können wir vielleicht hier an der stelle auch noch ein bisschen mit dem schwellwert noch ein bisschen arbeiten ein bisschen höher drehen so jetzt gefällt es mir ein bisschen besser so jetzt habe ich hier eine grafik und die kann ich jetzt als grafik auch nochmal abspeichern ich kann allerdings auch das ist auch eine ganz praktische sache in gimp mit steuerung a steuerung c also steuerung a heißt alles markieren steuerung c heißt kopieren das ding kopieren und dann wieder in powerpoint rüber gehen und dann ist hier einfügen und dann sehen wir hier ist es jetzt hier auch sauber rüber genommen die größen die größe wird manchmal so ein bisschen verändert es soll uns aber nicht stören weil wir können es relativ einfach hier wieder auf die ursprüngliche größe zurückskalieren und wer es ganz genau haben will kann eben über bildformat hier die größen wirklich händisch dann einstellen und es funktioniert wunderbar ich gehe noch kurz zurück zu gimp wir haben hier momentan nur mit einer ebene gearbeitet ich werde eventuell noch mal ein video nachliefern wo man hier ein bisschen tiefer in gimp rein gehen wenn das bei euch nicht funktioniert mit irgendeiner datei die ihr von irgendeiner mal bekommen habt ihr eine gimp datei dann liegt es eventuell daran dass er die falsche ebene ausgewählt habt aber das würde jetzt hier an der stelle zu weit führen jetzt haben wir hier eigentlich schon mal die wichtigsten sachen von einer grafik dargestellt jetzt will ich noch eine sache zeigen das ist auch manchmal ganz praktisch und zwar das zu schneiden das haben wir hier ich markiere jetzt mal hier unseren smiley geht es auf zuschneiden und jetzt kann ich hier den smiley so ein bisschen weg packen packen hier drauf so guckt er hier so rüber und das ist jetzt insofern eine praktische sache dass man wenn ich jetzt mal irgendwelche sachen temporär oder irgendwie kurz mal weg haben will dann kann ich mit dem zuschneiden wirklich die grafik verändern ich kopiere sie jetzt noch mal neu rein hier auf eine andere ebene und wenn ich jetzt noch mal auf zuschneiden gehe sehe ich das ist noch da das heißt ich kann das nachträglich dann tatsächlich wieder wieder zurückdrehen und das ist wie gesagt für schnelle sachen auf jeden fall sehr praktisch ich finde das relativ häufig oder auch wenn jetzt irgendwie ich ein screenshot habe und mal schnell oben den den rand wegschneiden muss mache ich das üblicherweise mit diesem zuschneiden das funktioniert wie gesagt sehr gut so dann zum schluss noch ich habe ja gesagt wir können hier bei oder wir können hier ganz normal mit diesen grafiken arbeiten und ich kann jetzt hier wie bei unseren rechtecken auch ein rand rundherum machen das ist wie bei den rechtecken ganz normal ich kann auch den rand hier gehen wir wieder auf die linie auch dicker machen und wir können auch jetzt wenn ich transparent bin hinten dann einfach den die hintergrundfarbe auch entsprechend anpassen also auch das ist für die einen oder andere sache ganz praktisch zu wissen jo ich würde mal sagen dass ich jetzt hier was grafiken angeht so die wichtigsten punkte angemerkt habe wir werden beim morfen noch mal ein bisschen über grafiken sprechen müssen und wie gesagt vielleicht wenn ich mal zeit finde werde ich zum thema gibt noch ein kleines toll machen aber das ist jetzt erst mal trio 2 und ja dann würde ich sagen haben wir das video auch überstanden ich möchte im nächsten video was zum thema effizientes handling von powerpoint zum besten geben vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufgefallen ich habe hier ein paar symbole mehr als ihr da möchte ich noch ein paar worte darüber verlieren dass ihr halt möglichst schnell zu eurem ziel kommt aber das machen wir dann beim nächsten mal also bis dennne